Vielen Dank, Michael Mayer, für die Einladung, für die Vorstellung. Ich denke selbstverständlich gerne an gemeinsame Marburger und Berliner Zeiten zurück. Ich habe viel gearbeitet in der Bibliothek des Friedrich-Meinecke-Instituts, als es hier in der Rostlaube noch angesiedelt war. Ich bin da eben reingekommen und habe gedacht, das ist eigentlich alles wie früher, nur das Meinecke-Institut ist weg. Ich bin froh, wieder hier zu sein und es ist schön, einmal an diesem Platz hier zu stehen. Meine Damen und Herren, im Jahr 1285 schrieb Jakub Schwinka, der Erzbischof von Gnesen, einen Brief an einige Kurienkardinäle in Rom. Im Anschluss an die besondere Betonung der Nähe der polnischen Kirche zum päpstlichen Stuhl, die sich insbesondere durch die Zahlung des Peters Pfennigs ausdrückte, schilderte er eine von ihm empfundene Gefahr. Jetzt aber, wo die Gens Toltonika eindringe und schon an vielen Stellen Polen besetzt habe, und jetzt beginnt das Zitat, er wächst daraus nicht nur für eure Heiligkeit, sondern auch für uns schwerer Nachteil und Schaden in unseren Rechten. Nicht nur deren Fürsten sein es, sondern, Zitat geht weiter, Nun kommen auch deutsche Ritter und Bauern nach Polen, Milites et Coloni, und besetzen Dörfer und andere Orte, Occupantibus Villas et Alia Loka, Orte, die bisher Polen besessen hatten und dafür pro Kopf der römischen Kirche den Zins, das heißt den Peters Pfennig bezahlt hatten, denn die deutschen Ritter wie Bauern zu zahlen sich weigern. Und auf diese Weise wird die römische Kirche ebenfalls und schließlich gänzlich ihres Rechts beraubt, wenn dem nicht durch eure Aufmerksamkeit wirksam begegnet wird. Aber auch anderes Ungemach ist durch den Eintritt dieses Volkes vielfältig geworden im Lande, denn das polnische Volk wird durch sie bedrängt, verachtet, durch Kriege erschüttert, der löblichen Rechte und Gewohnheiten des Landes beraubt, im Schweigen der tiefen Nacht auf seinem eigenen Eigentum gefangen genommen und, was noch schlimmer ist als dies, die Freiheit der Kirchen verletzt und die Kirchenzucht von ihnen verächtlich und überhaupt geringschätzig behandelt. Zitat Ende. Kein gutes Zeugnis also, dass der genesene Erzbischof den westlichen Zuwanderern da ausstellte, zu einem Zeitpunkt als der Höhepunkt dessen, was wir heute als den hochmittelalterlichen Landesausbau in Ostmitteleuropa bezeichnen, fast schon überschritten war. Ein Jahrhundert später sah man das etwas weiter südlich, im schon 1175 gegründeten schlesischen Zisterzienserkloster Leubus, ganz anders. Die ersten Mönche, Zitat, konnten es kaum aushalten und waren ganz mittellos, denn das waldreiche Land lag da, ohne dass es jemand bebaute und das ganze polnische Volk war arm und nicht fleißig. Es zog die Ackerfurchen im Sand mit hölzernen Haken, ohne eiserne Pflugschar und verstand nur mit einem paar Kühen oder Ochsen zu pflügen. Städte oder Flecken, Civitateis vel opida, gab es im ganzen Land keine. In offener Ebene vielmehr lagen bei den Burgen Märkte, Taverne und Kapelle. Kein Salz, kein Eisen, kein gemünztes Geld und edles Erz, keine rechten Kleider, aber auch keine Schuhe hatte dieses Volk, das nur mit dem Weiden seines Viehs befasst war. Eine solche Üppigkeit fanden die ersten Mönche vor. Aber durch sie ist das Land diesen Gans geöffnet worden, denn sie holten die Menschen ins Land, durch die alles hervorgebracht wurde. Wir, die ohne Anstrengung von den Früchten ihres Fleißes leben, sollen nie glauben, wir hätten das durch uns selbst, denn von ihnen wurde das Erwünschte geschaffen. Hier ist das Zitat zu Ende. Zwei Ansichten, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, die sich da im späten Mittelalter über die ein- bzw. Auswirkung westlicher Zuwanderer im piastischen Polen feststellen lassen. Sie machen deutlich, wie Fremde wahrgenommen werden und wie sie sich selbst einschätzen könnten. In den nun folgenden 40 Minuten möchte ich an ausgewählten Beispielen darstellen, welche Bedeutung westliche Zuwanderer im hochmittelalterlichen Landesausbau Ostmitteleuropas hatten. Dieser Prozess, der noch vor einigen Jahrzehnten ohne weiteres als deutsche Ostbewegung bezeichnet worden wäre, hat die Gebiete östlich von Elbe und Saale zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert tiefgreifend wirtschaftlich, demografisch, sozial, ökologisch und sprachlich verändert und ist ohne die Zuwanderer, aber auch ohne die Autochtonen, überwiegend slawische, aber auch ungarische und prusisch-baltische Bevölkerung nicht denkbar. Die Migranten kamen aber nicht, wie der genesene Erzgeschof 1285 Glauben machen wollte, um die Länder der Autochtonen zu besetzen, Okkupare, sondern sie kamen, wie im Falle der 1175 von dem piastischen schlesischen Fürsten Bolleswaff I. aus dem Zisterzienserkloster Pforter bei Naumburg nach Leubus in Schlesien gebetenen Mönche. Sie kamen auf Einladung überwiegend Autochtoner Fürsten nach Ostmitteleuropa. Diese Fürsten sahen die Zuwanderer zunächst als Gäste an und maßen ihnen hohe Bedeutung zu. So heißt es in den Ermahnungen, die der erste König der Ungarn, der heilige Stephan, vor dem Jahr 1031 an seinen Sohn Emmerich richtete, wie folgt, wieder Zitat, so groß ist der Nutzen der Gäste und der Fremden, dass er als die sechste der königlichen Würden erachtet werden kann. Wie nämlich die Gäste aus unterschiedlichsten Regionen und Provinzen kommen, so unterschiedlich sind auch die Sprachen und Sitten und sie führen verschiedene Schriften und Waffen mit sich, die das ganze Königreich zieren und den Prunk des Hofes vergrößern. Für uns ist ein Reich mit nur einer Sprache und einer Sitte schwach und zerbrechlich. Darum gebiete ich dir, mein Sohn, dass du die Fremdlinge unterstützen und hochschätzen sollst, damit sie lieber bei dir leben, als irgendwo anders zu wohnen. Zitat Ende. Mochte bei dieser Empfehlung mit auswärtigen Gästen gut umzugehen, noch der Gedanke an die oft multigentilen bewaffneten Gefolgschaften der ostmitteleuropäischen Fürsten in der Zeit um tausend mitspielen, so finden sich bald auch Hinweise darauf, dass Auswärtige auch zur Bewirtschaftung des Landes herangezogen werden sollten. Ein erstes Beispiel dafür ist Wipprecht von Greutsch und der Landesausbau zwischen Mulde, Vieira und Schnauder. Damit Sie sehen, wo das ist, habe ich Ihnen diese Karte mitgebracht zum Jahr 1104. Zum Jahr 1104 überliefern die Annalen des Klosters Pegau im heutigen Sachsen südlich von Leipzig gelegen. Ein gewisser Wipprecht habe im Bistum Merseburg ein Novale, ein Neuland, auspflügen lassen. Dazu seien aus Franken, wo seine Mutter Sigena verheiratet sei, Koloni herbeigeführt worden. Diese hätten auf seine Anweisung Silva funditus ex serpata, den Wald völlig ausgerodet, um jene Landschaft oder Region zukünftig zu bewohnen, und Hereditario jure in Erbrecht zu besitzen. Zwischen den Flüssen Mulde, Vieira und Schnauder seien zahlreiche Siedlungen, Villä und schließlich ein Pegau unterstelltes Kloster in Lausig als zuständige Pfarrei gegründet worden. Bischof Albuin von Merseburg habe im Jahr 1105 auf Wunsch Wipprechts für namentlich angegebene und zukünftig zu gründende Siedlungen urkundlich deren Zehnte dem Jakobskloster in Pegau zugesprochen. Als er heiternd, ridiculosos, empfand es der Analyst, dass ein jeder den von ihm mit seiner und seiner Familie Arbeit hergerichteten Besitz nach seinem Namen habe benennen sollen. Exu nummine nun kupare. Tatsächlich finden sich unter den in der Urkunde des Merseburger Bischofs angegebenen Namen der gegründeten Siedlungen eine ganze Reihe von patronymischen Ortsnamen mit dem Grundwort Dorf, unter anderem Sasslausdorf, Ottendorf, Ballendorf, Milansdorf und auch ein Etzholzhain. Der Initiator dieses Siedlungsprozesses im Markengebiet östlich der Saale war Wipprecht II. von Greutsch. Eine schillernde Gestalt mit weitreichenden Beziehungen zwischen den saarischen Kaisern Heinrich IV. und Heinrich V. sowie dem böhmischen Fürsten Wratislaw II. aus dem Geschlecht der Chemnisliden und dessen Tochter Judith, die Wipprechts Frau wurde. Wipprecht war aufgewachsen im Umfeld der Markgrafen der Nordmark. Das Markgrafen der Nordmark, Udo von Stade, der seit 1068 auch die Mark Zeitz verwaltete, und von dem Wipprecht die Burg Greutsch erhalten hatte. Die Burg Greutsch sehen Sie hier links, rechts sehen Sie Wipprechts Grabmal in der Klosterkirche in Pegau. Es wird kein Zufall sein, dass auch in der Nachbarschaft des Wirkungsfeldes, Udo des Zweiten, Ausbauvorgänge stattfanden, an denen Zuwanderer aus fremden, ferneren Regionen beteiligt waren. Um Ihnen zu zeigen, wie Landesausbau unter Beteiligung von Zuwanderern ablief, möchte ich Ostmitteleuropa einen kurzen Moment verlassen und mit Ihnen einen Binnenausbau betrachten, der sich nahezu zeitgleich an der unteren Weser abspielte. Im Jahr 1106 oder wahrscheinlicher 1113 schloss Friedrich, Erzbischof von Bremen und Hamburg, einen Vertrag mit namentlich genannten Personen vom linken Niederrhein, die Holländer genannt wurden. Sie seien zu ihm gekommen und hätten sich gewünscht, unbebautes und sumpfiges Land von ihm zu erhalten, Terra Nostris Indigenis Superfluam für seine Einwohner ungeeignet und die Holländer wollten es ausbauen, ad exculendum. Nach eingehender Beratung habe er diesen Wunsch nicht abgeschlagen, sondern beschlossen, mit der von einem Priester namens Heinrich angeführten Gruppe schriftlich zu vereinbaren, unter welchen Bedingungen sie von ihm Land erhalten sollten. Von jeder erhaltenen Manse, einem Flächenmaß, würde jährlich ein Denar entrichtet werden. Ihr Umfang solle in der Länge 720 und in der Breite 30 Regalis Virgæ, Königsruten, umfassen, einschließlich der darin fließenden kleinen Flüsse. Die Holländer hätten zugesagt, nach erzbischöflicher Anordnung den Zehnten zu geben, von den Feldfrüchten die elfte Gabe, von Schafen, Ziegen und Gänsen das jeweils zehnte Tier und auch von Honig und Flax den zehnten Teil. Aufzuziehende Fohlen und Rinder konnten durch eine Geldabgabe ausgeglichen werden. Um nicht vor ein weltliches Gericht zitiert werden zu können, hatten sich die Niederländer gemäß der Utrechter Verhältnisse Institutiones bereit erklärt, von je 100 Mansen jährlich 2 Mark Silber zu entrichten, damit sie ihre Streitsachen selbst entscheiden konnten. In schwereren Fällen sollte der Bischof zu ihnen kommen, von den Gerichtsgefällen, den Einnahmen also, sollten ihnen zwei Drittel, ihm dem Bischof ein Drittel zustehen. Kirchen sollten nach ihrer eigenen Platzwahl errichtet werden. Zu ihrer Unterstützung gewährte ihnen Friedrich den zehnten Teil der zehnten der bereits bestehenden Pfarrerkirchen. Jeder einzelne von ihnen sollte mit, jede einzelne von ihnen, also diese Kirchen, sollten mit einer Pfarrerhufe ausgestattet und sie sollten dem schon genannten Pfarrer Heinrich auf Lebenszeit unterstellt werden. Den ihnen begleitenden Laien Helikin, Arnold, Hiko, Fordold und Referik und ihren Erben schließlich überlief Erzbischof Friedrich das erbetene Land, secundum seculi legis et privata conventionem, gemäß weltlicher Gesetze und der dazu verfassten Urkunde. Die nur abschriftlich, nicht als Ausfertigung erhaltene Urkunde Erzbischof Friedrichs enthält keine Angaben darüber, wo sich die Holländer um den Pfarrer Heinrich niederlassen wollten. Nach kritischer Diskussion scheint aber inzwischen sicher zu sein, dass der Vertrag nicht für das alte Land an der Unterelbe um Stade geschlossen wurde, sondern für die Bremen nördlich und nordöstlich unmittelbar benachbarten Kirchspiele Wasserhorst und Horn, in denen schon im Jahr 1187 Holländer Hufen überliefert sind. Für diejenigen, die schon mal in Bremen gewesen sind, das ist mehr oder weniger genau da, wo sich heute die Universitätsneubauten naja aus den 70er Jahren erheben. Die Niederländer ließen sich dort zunächst nördlich des altbesiedelten Bremer Dünenrückens zwischen den Flüsschen kleiner Wümme und Wümme, beiderseits eines Siedwänje genannten Dammes, nieder und legten eine Marschhufenflur an, in der jede Bauernstelle mit einer annähernd gleich großen an das Hofareal anschließenden und die gesamte Flur durchziehenden Langstreifenparzelle von 47,5 Hektar Fläche versehen war. Nur zur Orientierung, hier ist Bremen, hier ist der Innenstadtbereich, irgendwo hier ist das Weserstadion und Sie sehen hier im Hinterland, heute erstreckt sich dort natürlich auch die Großstadt, dort sind diese Fluren, von denen ich jetzt spreche. Diese Streifen waren durch der Entwässerung dienende, senkrecht auf die kleine Wümme zulaufende Gräben voneinander abgegrenzt. An der siedlungsabgewandten Seite endeten sie am sogenannten Achterdeich, da dort das Eindringen von Wasser aus dem Binnenland verhindern sollte. Die wahrscheinlich schon begradigte kleine Wümme erfüllte auch die Funktion eines Vorfluters. In sich waren die Marschufenfluren durch parallel zu Achterdeichen und Vorflutern verlaufende Fläte oder Wetterungen gegliedert, weitere Gräben also, welche den Ablauf des Wassers aus den tiefgelegenen Parzellen sicherstellten. Die Gehöfte wurden auf zu diesem Zweck aufgehäuften Wurten angelegt, denn die komplette Eindeichung der Marschufen war zunächst noch nicht zu bewältigen. Lediglich das an die Höfe anschließende Ackerland war eingepoldert und so vor kleineren Überflutungen geschützt. Außerhalb lag das der Viehzucht dienende Grünland. Über Flüsse und Gräben waren die Hofareale mit Booten erreichbar. Zukünftig zu erwirtschaftende Überschüsse konnten auf diese Weise abtransportiert, ebenso wie Materialien herbeigeschafft werden. Kirchen wurden gemeinsam für mehrere Siedlungen oder Bauerschaften auf höher gelegenen Dünen errichtet, in den offenbar den Siedlungsunternehmen unternehmern reservierten Eckstücken der Holländer Fluren konnten später Herrenhöfe entstehen. Zurück zum Übersichtsplan. Meine Damen und Herren, eine solche Siedlungsanlage stellte hohe Anforderungen zunächst an die Vermessung der Flur, später an den Bau und die Instandhaltung von Gräben, Dämmen und Deichen. Entsprechende Erfahrungen brachten die Holländer mit, denn im Bistum Utrecht und in den Grafschaften Flandern und Holland wurden solche Flussmarschhufenfluren seit der Mitte des 11. Jahrhunderts angelegt. Nach der Absteckung der Grenzen der Flur wurden zunächst der mit dem niederländischen Fachterminus Seitwände bezeichnete Damm und der Achterdeich aufgeschüttet, auf dem auch Baumaterial herangebracht werden konnte. Nach der Vermessung der Hufen wurden die Hofwurten angelegt und erst später konnten sie durch einen vorderen Deich miteinander verbunden werden. Die ersten auf diese Weise aufgebauten Bauernschaften waren Oberblockland, Hemme, Damme und Wasserhorst im Westen, Lehe, Gären und Pfarr im Osten. Vom Erscheinungsbild eines heutigen Marschufendorfes mit seiner Vielzahl von schmalsten Parzellen war man zu diesem Zeitpunkt aber noch weit entfernt. Die schmalen Langstreifen entstanden erst durch die Erbteilung, die wiederum durch die spezielle Rechtsform ermöglicht wurde, welche Erzbischof Friedrich von Bremen Hamburg schon den Zuwanderern von 1106 1113 zugestanden hatte. Das Holländerrecht erlaubte den Siedlern ihre Höfe und Hufen frei an ihre Erben weiterzugeben. Neben den am Getreideanbau ausgerichteten Siedlungs- und Flurformen war es dieses Recht der freien Erbzinsleie, das zunächst aus den Niederlanden kommend, dann auch aus dem Weser- und Elbmündungsgebiet seine Ausbreitung schließlich in die ostmitteleuropäischen Gebiete finden würde. Zurück nach Ostmitteleuropa zunächst in unsere Region hier. Die Eignung dieses Landes zum Ausbau sprach sich seit Anfang des 12. Jahrhunderts herum. Dafür sorgte ein entweder auch auf Wibrecht von Greutsch gefälschter oder von ihm wirklich unterzeichneter Aufruf, der vielleicht nahezu gleichzeitig mit der fränkischen Zuwanderung zwischen Elster und Wira und dem Aufbau der Marschufendörfer an der Weser in den Kirchen Thüringens und Sachsens verlesen wurde. Stellen Sie sich vor. Ich bin der Pfarrer auf der Kanzel und verlese jetzt so gut es geht diesen Aufruf. Rufet dies in den Kirchen, heiliget ein Fasten, rufet die Gemeinde, versammelt das Volk, verkündiget dieses und lasse das Hören in allen Grenzen eures Amtsbereiches, heiliget einen Streit, erwecket den Starken, gürtet euch, ihr starken Söhne und kommt all ihr Kriegsleute. Die Heiden sind schlimm, aber ihr Land ist sehr gut an Fleisch, Honig, Geflügel und Mehl und, wenn es bebaut wird, voller Reichtum der Ernten vom Lande, sodass ihm keins verglichen werden kann. So sagen es die, denen es bekannt ist. Daher, o ihr Sachsen und Franken, Männer aus Lothringen und Flandern, ihr berühmten Bezwinger der Welt, hier könnt ihr eure Seele retten und, wenn es euch so gefällt, das beste Land zum Bewohnen gewinnen. Er, der die Franzosen, die vom fernen Westen aufgebrochen sind, im entlegensten Osten mit seinem starken Arm über seine Feinde triumphieren ließ, er gebe euch den Willen und die Macht, diese Nachbarn und so unmenschliche Heiden zu unterwerfen und dass euch alles wohl gelinge. Zitat Ende. Dieser inzwischen von Michael Menzel zwar als Fälschung angesehene, dennoch die Stimmung des 12. Jahrhunderts widerspiegelnde Kreuzzugsaufruf sächsischer geistlicher und weltlicher Herren aus dem Jahr 1108 oder von 1147, der nicht etwa zur militärischen Expedition nach Palästina agitierte, wie in diesen Jahren üblich, sondern Eroberung und Siedlung in den Markengebieten östlich der Elbe propagierte, er zeigt an, welche Zielsetzung seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts am nordöstlichen Rand des selbst eben erst zusammengewachsenen hochmittelalterlichen Deutschland von Geistlichkeit und Adel verfolgt wurde. Dieser und ähnliche Aufrufe der weiteren Zukunft hatten Erfolg und dass die Zuwanderer aus dem Westen tatsächlich kamen, das zeigen eine große Zahl von Ansiedlungs- oder Lokationsurkunden, historiografische Berichte, insbesondere aber Ortsnamen und archäologisch erschlossene materielle Überreste. Über Albrecht den Bären zum Beispiel berichtete Helmold von Bosau. Schließlich schickte er, als die Slaven allmählich abnahmen, nach Utrecht und den Rheingegenden, ferner zu denen, die am Ozean wohnen und unter der Gewalt des Meeres zu leiden haben, den Holländern, Seeländern und Flamen, zog von dort viel Volk herbei und ließ sie in den Burgen und Dörfern der Slaven wohnen. Winfried Schich hat in einem 2001 erschienenen kleinen Bändchen über die Herkunft der Brandenburger, die unterschiedlichen Herkunftsgebiete der Zuwanderer herausgestellt und dabei klargemacht, dass die Einwanderung nicht immer unmittelbar aus dem niederrheinischen und niederländischen Westen erfolgte, sondern häufig nur aus dem sächsischen Harzvorland, dem Nordharzvorland, das aber dennoch vor allem Namen vom Typ Lichterfelde, Schönewalde, Propagandanamen haben wir das früher immer genannt, aber natürlich auch Flemmingen oder der Landschaftsname des Fleming, die niederländische Herkunft vieler Zuwanderer anzeigen. Eine glückliche Überlieferungslage für den Osten des heutigen Bundeslandes Schleswig-Holstein zeigt allerdings, wie schwierig die Bedingungen waren, denen die Ankömmlinge ausgesetzt waren. Weil das Land verlassen gewesen sei, so berichtet wiederum Helmholt von Bosau, habe Graf Adolf II. von Holstein im Jahr 1143 Boten in alle Lande geschickt, Zitat nämlich nach Flandern und Holland, Utrecht, Westfalen und Friesland, dass jeder, der zu wenig Land hätte, mit seiner Familie kommen sollte, um den schönsten, geräumigsten, fruchtbarsten an Fisch und Fleisch überreichen Acker nebst günstigen Weidegründen zu erhalten. Den Holzen und Stormhahn ließ er sagen, habt ihr euch nicht das Land der Slaven unterworfen und es mit dem Blute eurer Brüder und Väter bezahlt? Warum wollt ihr als Letzte kommen, es in Besitz zu nehmen? Seid die Ersten! Wandert in das liebliche Land ein, bewohnt es und genießt seine Gaben, denn euch gebührt das Beste davon, die ihr es dem Feindesland entrissen habt. Daraufhin brach eine zahllose Menge Devaris Nationibus auf, nahm Familien und habe mit und kam zu Graf Adolf nach Wagrien um das versprochene Land in Besitz zu nehmen und zwar erhielten zuerst die holsten Wohnsitze in dem am besten geschützten Gebiet westlich Segeberg das Dargunerland besiedelten die Westfalen das Eutiner die Holländer und Süsel die Friesen bis hierhin Zitat Helmold von Bosau Die um 1190 aufgezeichnete Visio Godescalci vermittelt allerdings Details des Unternehmens Der Visionär gehörte zur zweiten Generation der Zuwanderer auf dem Gebiet des Klosters Neumünster Er lief das ganze Jahr über Barfuß Schuhe konnte er sich nicht leisten mit seiner fast blinden Frau seinem schwächlichen Sohn und einem Pferd das dann auch noch bald starb versuchte er das ihm zur Verfügung gestellte Land zu bewirtschaften und im benachbarten Wald zu roden und die Baumstümpfe auszuweisen Wenn auch von ihm mitnichten wie in manchen Handbüchern behauptet erstmals das tatsächlich aus der Moorkolonisation stammende spätere Sprichwort überliefert ist so steht sein Inhalt dennoch für Gottschalks Erfahrungen Jetzt dieses Sprichwort die erste Generation der Zuwanderer habe der Tod erheilt die zweite habe Not gelitten und erst die dritte Generation sei schließlich mit Brot belohnt worden Heute ist man weit entfernt davon den Prozess der militärischen Unterwerfung der slawischen Herrschaftsbildungen östlich von Elbe und Saale die Zuwanderung fränkischer flämischer rheinischer und sächsischer Personengruppen ihre Niederlassung zwischen den slawischen Einwohnern der eroberten Landschaften oder in den anwerbenden Fürstenherrschaften und schließlich die allmähliche aber dafür weitgehende Umwandlung der angetroffenen Kultur- und Naturlandschaft mit Karl Hampe als Zug nach dem Osten oder als eine Großtat des deutschen Volkes anzusehen wie dies noch bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts üblich war oder sogar auf die verhängnisvolle Kaiserkrone hinzuweisen welche die Kaiser wie es in den Kartenskizzen zur deutschen Geschichte von 1938 heißt Zitat den deutschen Raum und seine Lebensnotwendigkeiten aus den Augen verlieren ließen Zitat Ende während Heinrich der Erste und Heinrich der Löwe wieder Zitat deutschen Lebensraum im Osten ausgeweitet hätten Also dieses Bild hier muss man sich wirklich mal genauer ansehen sehen dass die Kaiser immer nach Rom ziehen und da die Kaiserkrone erwerben wollen statt hier also wie Heinrich der Erste den Blick auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu richten nämlich auf die Gänse die Schweine das Getreide und das Rindvieh und wenn sie den Kreuzzugsaufruf noch im Ohr haben dann wissen sie auch was damit gemeint war auch die Interpretation dieser Vorgänge im Rahmen einer insgesamt aggressiven feudalen deutschen Ostexpansion wie es im historischen Materialismus üblich war ist seltener geworden ich probiere jetzt mal ob das auch so geht genau das geht vielmehr scheint sich durchzusetzen die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte anzusehen Ostkönlisation wird heute mit Klaus Zernack interpretiert als ein Zitat von West nach Ost fortschreitender universal geschichtlicher Prozess der die Akkulturation und Verwestlichung der östlichen Hälfte Europas bewirkte Zitat Ende eine wieder Zitat deutsche nationale Komponente der mittelalterlichen Ostsiedlung so Christian Lübcke hat in einer auf die Analyse der Strukturen zielenden Sicht ihren traditionellen Vorrang endgültig verloren na hoffentlich und auch in Polen sieht man sich nicht mehr wie noch der genesene Erzbischof durch den Landesausbau Zitat dem Dienst fremder Staaten und Völker ausgeliefert zusammenfassend ist dementsprechend inzwischen communis opinio dass seit dem 12. Jahrhundert aufgrund veränderter wirtschaftlicher und sozialer Bedingungen in den westlichen Landschaften des Reiches ein Auswanderungsdruck entstand der in den Gebieten östlich der Elbe auf Bedingungen traf die eine erfolgreiche Ansiedlung möglich machte Ein aufgrund der gewachsenen Bevölkerung erhöhter Bedarf an Lebensmitteln verbesserte agrarische Produktionstechniken und eine sich entwickelnde Geldwirtschaft mit zentralörtlichen Märkten förderten den Anreiz zur Überschussproduktion von Getreide von Getreide an dessen Erlösen auch die entstehenden Landesherrschaften durch Steuern Zölle und Abgaben zu partizipieren suchen Infolgedessen wurden immer größere Flächen bislang wenig oder gar nicht agrarisch genutzten Landes diesem Getreideanbau zugänglich gemacht durch die Umwandlung extensiv in Subsistenzwirtschaft bearbeiteter Flächen slawischer Siedlungen oder durch Rodung der Wälder auf den großen gewässerfernen Arealen etwa den brandenburgischen Platten des Telto und auf dem Barnim ließen sich die Zuwanderer zunächst offenbar in Nachbarschaft bestehender slawischer Wohnstätten nieder so wurden wohl schon in den nächsten Generationen jene großen Dörfer angelegt die einen planmäßigen Grundriss aufweisen und noch heute im Kartenbild in ihrer jeweiligen Besonderheit als Rundlinge Straßen und Angerdörfer zu erkennen sind hier sehen sie mit den drei großen Gewannen farblich unterschiedlich dargestellt das Dorf den Ort Schönfeld auf dem Barnim das ist Parade Dorf weil es wirklich so schön regelmäßig ist und weil es auch noch diesen schönen Propagandanamen trägt nämlich Schönfeld hier wird das besonders deutlich verbunden waren diese Neugründungen mit ebenso planmäßig angelegten Flurformen also Riedenschlag oder Plangewand Fluren deren Einteilungen den besonderen Erfordernissen des in Dreifelder Wirtschaft und Fruchtwechsel vorgenommenen Getreideanbaus angepasst waren Die Veränderung der Bodennutzung hatte eine Reihe weiterer gravierender Folgen Einerseits führte die umfangreiche Rodung zum schnelleren Ablauf des Regenwassers in das Gewässersystem weil die Böden nicht mehr in der Lage waren die Niederschläge zu absorbieren Aber nicht nur aus diesem Grunde stieg der Grundwasser und Gewässerspiegel sondern vor allem deshalb weil die Verarbeitung des nicht in den Export gelangenden Brotgetreides vor allem in den entstehenden Städten zu Mehl und Nachfolgen zu Backwaren den Betrieb von Wassermühlen notwendig machte Das geringe Gefälle und die niedrige Fließgeschwindigkeit der Flüsse des nördlichen Ostmitteleuropa machte zum Antrieb dieser Mahlwerke gewaltige Mühlendämme mit großen Stauhöhen notwendig um die Wasserkraft in Energie umzuwandeln Die auch durch den einsetzenden Deichbau ansteigenden Wasserstände der Flüsse und Seen führten zur Unbewohnbarkeit einer Vielzahl der slawischen Siedlungen die aufgrund ihrer speziellen wirtschaftlichen Erfordernisse bei Viehzucht Fischfang und Kleintierjagd auf die Nähe der Gewässer ausgerichtet gewesen waren ihren Bewohnern blieb kaum eine andere Wahl als in die entstehenden Plansiedlungen oder in die werdenden Städte zu ziehen und sich dort wirtschaftlich materiell und sprachlich an die neue Zeit anzupassen Auf diese Weise wurde der Assimilationsprozess der slawischen Bevölkerung gefördert die schließlich schon im Verlauf des späteren Mittelalters zu existieren aufhörte und bald nur noch in fremdartig erscheinenden Personen Örtlichkeits und Gewässernamen erkennbar sein sollte Ein kurzer Blick noch auf die Stadtentwicklung Nicht nur bei der Umstrukturierung der Kulturlandschaft und ihrer Ausrichtung auf profitorientierten Anbau von Getreide spielten westliche Zuwanderer eine Rolle sondern auch beim Aufbau der Städte den Umschlagplätzen für den Handel mit den produzierten landwirtschaftlichen Gütern auch dort waren sie früh von Bedeutung Fürst Zobislav II. von Böhmen verfügte zwischen 1176 und 1178 dass die in Suburbio Pragensi lebenden Teutonici Secundum Legem et Justitiam Teutonicorum leben sollten so wie sie es seinem Vater Vratislav II. seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts taten also nach deutschem Recht sollten sie leben neben ihnen und den ortsansässigen Böhmen wurden als Bewohner Prags in dieser Urkunde auch noch Romanen und Juden erwähnt aber jeder Ankömmling oder Gast ganz gleich von welchem Lande er kommt der bei den Deutschen in der Civitas wohnen will so heißt es in dem ausführlichen Schriftstück weiter soll Gesetz und Herkommen der Deutschen haben Das privilegierte eigene Recht der Zuwanderer sollte sich in Stadt und Land zum Movens entwickeln Neuveritis ihr sollt wissen so schrieb Sovislav II. Quod Teutonici Liberi Hominis Sund dass die Deutschen freie Menschen sind Diese Freiheit machte den Unterschied sowohl gegenüber den unter slawischen Fürstenrecht verbleibenden Autochtonen als auch gegenüber den Herkunftsländern in denen die Grundherrschaft zwar zerfiel persönliche Freiheit aber dennoch weit entfernt blieb Schon 1247 verfügten die brandenburgischen Markgrafen Johann und Otto bei der Gründung der Neustadt Salzwedel Deutsche und Slaven also vor dem gleichen Richter zu erscheinen hätten dem Bereich des sich nun herausbildenden Jus Teutonicum Maideburgensis praktizierte freie Erbzinsleie die Möglichkeit also bei regelmäßiger Zahlung des Zinses an den Landbesitzer den aufgebauten und aufgehäuften Besitz der Pächter an die Erben weitergeben zu können schuf offenbar den Anreiz sich aus der alten Heimat zu verabschieden und neue Herausforderungen in Ostmitteleuropa zu suchen Lübecker Magdeburger und Nürnberger Stadtrechte wurden infolge Grundlagen städtischen Zusammenlebens bis weit hinein in die heutige Belarus und in die Ukraine lassen sich der hochmittelalterliche Landesausbau in Ostmitteleuropa und die Beteiligung westlicher Zuwanderer daran also letztendlich als Erfolgsgeschichte darstellen so soll doch nicht verschwiegen werden dass diesem Modernisierungsprozess die autochtone Kultur und Sprache zumindest der Elbslaven weitgehend zum Opfer fielen In in einer Urkunde des Erzbischofs Friedrich von Magdeburg aus dem Jahr 1149 heißt es zum Beispiel im Burgwart Kleutsch südöstlich von Dessau seien vom Abdeskloster Nienburg Novi von den Brandenburgischen Markgrafen vertrieben worden Ejekti rausgeworfen so zumindest schrieb er es im Jahr 1210 an den Abdeskloster Sittichenbach Verdrängungsprozesse können also sehr wohl vorgekommen sein und im Gegensatz zu Werner Vogel der noch im Jahr 1960 in seinem Buch über den Verbleib der wendischen Bevölkerung in der Markbrandenburg feststellte Zitat dass eine Ausrottung oder Verdrängung der Slaven nicht stattgefunden habe äußerte sich Winfried Schich im Jahr 2010 zurückhaltender als er schrieb Zitat das Verhältnis zwischen Gewalt und friedlicher Assimilierung bleibe weitgehend im Dunkeln Zitat Ende eben dieses Verhältnis von politischer Macht und der aus ihr abgeleiteten möglichen Gewaltausübungen im Zuge der Migrationsbewegung gilt es bei der Bewertung des hochmittelalterlichen Landesausbaus und der Bedeutung und Wirkung der Zuwanderer in ihm nicht aus dem Auge zu verlieren Man könnte bei der komparatistischen Einordnung der ostmitteleuropäischen Vorgänge des 12. und 13. Jahrhunderts natürlich zu dem Ergebnis kommen Zuwanderer trügen grundsätzlich die Gefahr in sich autochtone Mehrheitsgesellschaften zu überformen und deren Sprache und Kultur zu gefährden Die Umstrukturierung und Modernisierung von Bodennutzung und Kulturlandschaft im hohen Mittelalter war jedoch ein politisch gewollter wirtschaftlicher und sozialer Prozess der in seinen Folgen vielleicht mit der Industrialisierung des 19. und 20. Jahrhunderts verglichen werden kann Auch sie führte zu zahlreichen Migrationen die ebenso häufige Assimilierungen verschiedener Bevölkerungsgruppen zur Folge hatten Erinnert sei an den Zuzug vieler Polen in die Bergbaureviere des Ruhrgebietes oder die sogenannten Gastarbeiter da ist das Wort aus dem 11. Jahrhundert wieder der Gastarbeiter der 1960er und 1970er Jahre in der alten Bundesrepublik Während sie häufig ihre Sprache im Lauf der Zeit in der neuen Umgebung Aufgaben setzen die Zuwanderer des Hochmittelalters in den westlichen Teilen des von ihnen gemeinsam mit den Autochtonen bewirtschafteten Landes sowie in den Städten ihre Sprache und materielle Kultur durch Dies gelang weil sie im Gegensatz zu den Alteingesessenen die Förderung und Protektion durch politische und kulturelle Gewalten wie Herrschaft und Kirche genossen die vom Umstrukturierungsprozess profitierten So wurde die slavische Sprache vor Gericht nicht mehr zugelassen In der bald eintretenden Krise des späteren Mittelalters kamen ganz im Westen der Germania Slavica sogenannte Wendenparagrafen zur Anwendung um slavische Handwerker aus den städtischen Zünften auszuschließen und die protestantischen Kirchen der frühen Neuzeit gaben mit ihrer deutschen Gottesdienst Sprache zahlreichen kleineren slavischen Sprachgemeinschaften den Rest so im Hannoverschen Wendland und in der mecklenburgischen Jabelheide In Hinsicht auf das gesamte Ostmitteleuropa blieb die deutsche Sprache aber bis 1945 nur eine unter vielen anderen auch weil sie politisch herrschaftliche Duldung ebenso wie Förderung erfuhr Das Zusammenleben der unterschiedlichen Sprachgruppen dort war nicht immer konfliktfrei spiegelte aber die ökonomische soziale und kulturelle Entwicklung der ostmitteleuropäischen Länder seit dem hohen Mittelalter wieder Insofern unterscheidet sich die Zuwanderung des hohen Mittelalters deutlich von der zeitaktuellen und die Geflüchteten der Gegenwart brauchen dementsprechend ebenso wenig verdächtigt werden Europa besetzen zu wollen wie der Gnesener Erzbischof Jakob Schwincker berechtigt war den westlichen Einwanderern zu unterstellen sie hätten angestrebt Polen zu okkupieren Migranten sind im hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa ebenso wie in der Gegenwart Akteure in sozialökonomischen Prozessen die sich beeinflussen aber nicht in jeder Hinsicht steuern lassen ihre Wirkung im historischen Verlauf ist dementsprechend weder gesetzmäßig noch in jeder Hinsicht vorhersehbar ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu aufmerksam zu hoff bis zu hoff bis bis zu